Na Männer? Alles klar? Ja, der Geil! Ja, und damit heißen wir euch ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge U-Boat hier bei den Junkie Monkeys. Ich bin der Midway und wir sind gerade dabei und versuchen die Enigma zu behergen mit meiner Spezial-Crew. Wir haben hier jetzt einen Zerstörer entdeckt und den... Und den... Den... Holen wir uns gerade die Lösung. Ne? Da holen wir uns gerade die Lösung. Und mal schauen, was da jetzt so los ist. Das ist eine EF-Klasse Zerstörer. Großbritannien, Geschwindigkeit 0 kmh. Und er steht. Er bewegt sich nicht, er steht. Und das ist jetzt unser Punkt, wo wir jetzt gleich erstmal... Gucken werden, dass wir uns den kaschen. Aber... Ein vorweg müssen wir erstmal dafür sorgen, dass wir ein paar Torpedos aufheizen. Weil ich habe hier keine Lust auf irgendwelche Blindgänger. Und dann ist die Frage... Ein Torpedo? Zwei Torpedos? Fünf... Fünf... Ah, zehn. So viel kann ich ja leider nicht verschießen, aber... Das ist die Frage, die wir uns jetzt stellen. So. Nur mal raus. So, so. Warum heizt du jetzt nicht auf? Falsche Maustaste gedrückt, Leute. Falsche Maustaste. Aber das wird. Okay. Ja. Dann werden wir jetzt mal schauen, dass das hier läuft. Jetzt stelle ich mir die Frage, ob sie das geändert haben. Ob man mit zwei... Mit zwei... Mechanikern mittlerweile Torpedos aufheizen kann. Das wollten wir jetzt mal begutachten, ob das funktioniert. Ich bin der Meinung, in der B129 ging das. Und deswegen werden wir mal gucken, ob das jetzt hier in der B... 131 aufgeht. Zu Befehl. Und ja... Es scheint zu gehen. Wir heizen zwei Torpedos gleichzeitig auf. Ist schon mal nicht verkehrt? Hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert. Aber so kriegen wir die jetzt erstmal alle warm. Und hier wird schon der Kurs berechnet. Schauen wir da nochmal kurz rein. Erfasste Daten überzieht zu 100% schon. Hier zoomen wir auch nochmal ran. Kann ich gar nicht anzoomen. Ist schon... Ist schon nah genug, oder? Kann ich noch dichter? Nein, kann ich nicht. Ich dachte, eine Tastenkombination vielleicht. Doch, so. So. Das sieht doch schon mal nicht verkehrt aus. So. Das ist die... Fire Drake. Fire Drake. Ach du meine. Hier. Fire Drake. Aber das Problem ist jetzt an der Sache, was ich habe, Leute. Da ist irgendwo noch einer. Da ist irgendwo noch einer. Und ich weiß nicht, wo der ist. Der dürfte hier irgendwo sein. Und meine Befürchtung ist, wenn ich den versenke, dass der andere dann auf Suche geht. Aber wir werden das wie frückt machen. Wir werden da zwei Torpedos reinjauchen in die Muschi. Und dann werden wir... Einfach wieder abtauchen. Das ist... So machen wir das auch. Genau. So machen wir das. So und nicht anders. So. Jetzt schauen wir doch mal kurz. 81%. Da geht noch mehr. Sauerstoff haben wir noch genug. Beschleunigen wir mal ein bisschen. 85. 90%. Das sollte reichen. So. Du hast Torchkontakt? Kannst du gar nicht hören. Fährt doch keiner. Okay. Sehr gut. Okay. Rohr 1, bewässern. 2,5 Meter Tiefe. Rohr 2, bewässern. Rohr 1, bewässert. 3,5. Streuung. Rohr 2, fertig. Drehen wir ein bisschen runter. 9 Meter. Und... Los! Trämpfer sind auf dem Weg. Und dann werden wir mal schauen. dass wir den kriegen. Okay. Vielleicht soll ich immer noch mal schnell einer an die Tiefensteuerung schicken. Und dann müsste das gleich bumm machen. Wir können ja mal auf die Außenansicht wechseln. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Und dann gucken wir uns das schön an. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Wenn ihr wüsstet, was euch erwartet. 30 Sekunden. 20 Sekunden. 10 Sekunden bis Einschlag. Wer ist er? Treffer. Den haben wir eingegeben. Den haben wir eingegeben. Okay. Wir gehen jetzt abwärts. Tauchen auf 50 Meter. Wir gehen runter auf 50 Meter. Da hinten ist der andere. Und der säuft ab. Die suchen gar nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass die suchen. Kurios. Der säuft jetzt erstmal schön ab. Hier der Kamerad. Da ist auch Treibgut. Und hier unten liegt er. Einer weniger. Ha! Okay. Jetzt haben wir da hinten noch einen Kollegen. Den werden wir uns jetzt als nächstes holen. Kleine Fahrt. Vorwärts. Okay. Der kommt auf uns zu. Alle Maschinen stopp. Wo willst du hin? Kannst du den schon ermitteln? Ne. Kann er noch nicht. Oh, scheiße. Torpedo ausrichten. Torpedo-Kurs ausrichten. Was haben wir in der Verein? Wo ist er denn? Da hinten ist er. Opa. Gehen wir mal mit an die Überwachung. Torpedo-Kurs berechnen. Herr Kalol. Torpedo ausrichten. Und dann holen wir uns den auch. Mal gucken, was der jetzt macht. Das würde mich interessieren. Was der jetzt vorhat. Der kommt bestimmt auf uns drauf zu, ne? Der sucht. Der sucht. Torpedo-Kurs berechnen. Herr Kalol. Torpedo ausrichten. Das ist ne kleine Ilse. Das ist ja nichts wildbewegendes. Lohnt sich da ein Torpedo überhaupt? Oh, scheiße. Jetzt haben wir ein Problem. Der hat uns entdeckt. Der hat uns entdeckt. Der hat uns entdeckt. Ja, scheiße. Und wir haben einen echt scheiß Winkel. Wir könnten den Torpedo abschießen. Auf Risiko. Und schauen, ob wir Glück haben. Und im gleichen Atemzug gehen wir mal runter. Auf 50 Meter. Und hoffen, dass er den jetzt noch kriegt. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Ich glaube nämlich, der wird dran vorbeigehen. Der geht dran vorbei. Ja, der hat jetzt schon keinen Winkel. Dreh dich doch hin da. Komm schon. Magnets sind da dran. Vielleicht klappt es. Vielleicht klappt es. Komm, dreh dich hin. Dreh dich hin. Die sehen dich nicht. Dreh den Arsch. Dreh den Arsch. Nein. Warum machst du das? Der Ahr ging daneben, Herr Kalloy. Tja. Fehlschuss. Habe ich mir besser vorgestellt. So, mal gucken, was die jetzt machen. Die suchen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann suchen sie noch heute. Der sucht mich jetzt. Er fährt den Suchkuss. Nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst, mein Freund, oder? Dass du genau neben mir stehst. Ja. Scheiße. Ja, wir könnten jetzt auftauchen, mit dem Deckgeschütz draufhalten, aber ich will hier keinen verlieren von meinen Leuten. Weil da wird es drauf hinauslaufen. Und dann drehen wir einen neuen Winkel. Das wird schon klappen. Wie tief ist das hier überhaupt? Das ist ja ordentlich tiefe hier. Da wollen wir keine Gedanken machen. Das ist geil, das ist okay. Dann drehen wir die Kiste gleich einmal. Gehen auf Zero Tiefe. Und dann holen wir uns den. So, und in der Zwischenzeit. Herr Mustermann. Einmal raus aus der Kuh hier. Lädst du schon mal Torpedos? Machst du schon mal Torpedos warm? Bestätigt. Dass wir uns da keine Gedanken machen müssen. So, und wir gehen jetzt schon mal auf Zero Tiefe. Schiffsschrauben. Ich könnte kurzen. Okay. Wir fahren... Er steht. Der steht. Ausrechnen. Opa, auch ran. Den holen wir uns jetzt. Den holen wir uns jetzt. Eiskalt. Rechnen wir mal mit aus. Und dann einmal alle Maschinen stopp. Na, da haben wir ihn doch schon. Dann werden wir den jetzt mal wegsnacken. Aufschlagzünder. Ein Meter Tiefgang. Und... Ohr 1 bebessert. Feuer! Jetzt schauen wir uns das an. Wie der da schön reinknellt. Ein bisschen beschleunigen. Oh, wir haben ja nicht so viel Zeit. Stress. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 40 Sekunden. Bis Torpedo ein... Ist zwar nur eine kleine Ise, aber besser wie nix. 30 Sekunden. Den kriegen wir. 20 Sekunden. Und? 10 Sekunden bis einschlagen. Oh, ich hab da eine Idee. Das müsste man eigentlich mal auf dem Foto festhalten hier, ne? Wenn der da einschlägt. Das wäre doch mal die Idee, oder? Und das machen wir mal. Äh, äh, wo ist er denn? Da ist er. Wo ist der ganze Bildschirm beschlagen? Okay, kriegen wir nicht. Da ist er. Da brauchen wir uns keine Gedanken drüber machen. Den hat's zerrissen. Okay. Ansicht verlassen. Den wird's zerrissen haben. Ja, der geht unter. Kleine Fahrt in die Richtung. Und Kette. Da können wir gleich vielleicht noch mal ein paar Opfer an Bord nehmen. So, mein Freund. Ähm. Burrago, gehen wir in Funk. Wir gehen auf langsame Fahrt. Und dann schickst du das mal weg, dass wir die 3,9 kriegen. Wir brauchen nämlich die Asche. Sehr schön. So, dann werden wir jetzt mal auftauchen. Wir werden uns da mal auf den Weg machen hin. Und gucken, ob's da noch mal was zu holen gibt für uns. So, Interaktion in der Nähe. Okay, wir können hier schon mal die ersten Gefangenen mit an Bord nehmen. Das werden wir auch tun. Bestätigt. Vielleicht reicht es ja, wenn wir so mittig hinfahren. Nee, sind auch außer Reichweite. Das ist natürlich ärgerlich jetzt. Also, was machen wir jetzt? Es wird doch wieder hell. So, Opa, du gehst jetzt mal in die Ruhepause. Und dann fahren wir da mal ran. Nehmen die Gefangenen an Bord. Das kriegen jetzt nämlich U-Punkte. Die können wir nämlich gebrauchen. Sind wir da noch außer Reichweite? Was sind denn die? Ach, hier hat gar keiner überlebt. Hier ist nur das Wrack. Okay, dann müssen wir mal hier hin. Und dann fahren wir zu Enigma hin. Und gucken, dass wir die bergen können. So, Burago, du gehst mal in die Ruhepause. Was? Was für ein Zerstörer? Willst du mich verarschen? Ach. Okay. Schauen wir mal, was wir jetzt hier in der Nähe haben. Da sind sie. Dann würde ich sagen, wir nehmen jetzt mal die Rettungsboote an Bord. So, nehmen sie an Bord. Wen haben wir denn da? Hier ist schon mal keiner. Denen wir an Bord nehmen. Wir wollen ja definitiv den Kapitän an Bord nehmen. Hier ist aber auch keiner, ne? Was ist denn los? Gibt es da keinen Käpt'n, oder was? Der Käpt'n hat es wohl nicht geschafft. Okay, dann nehmen wir jetzt mal welche an Bord. Okay. Die können wir gut eintauschen. So, Interaktion in der Nähe. Rettungsboot. Dann geben wir dem mal Vorräte. So, und dem anderen geben wir auch Vorräte, dass die es nach Hause schaffen. Sehr schön. So. Dann haben wir doch eigentlich alles, was wir jetzt erreichen wollten, erreicht hier. In dem Bereich. Und dann werden wir uns mal auf den Weg machen zu unserer Enigma. Hier ist auch nichts mehr zu holen, ne? Treibgut technisch gar nichts? Nein. Hier ist nichts zu holen. Hier auch nicht? Ne. Wo ich der Meinung vorhin war, da war irgendwo Treibgut. Okay. Wir haben unser Ziel erreicht. Dann werden wir da mal hinfahren. Kleine Fahrt. Alle Maschinen, stopp. Okay. Ähm, dann müssen wir jetzt mal ihn runterschicken. Wir müssen einen Taucher einsenden. Wen können wir denn dafür nehmen überhaupt? Okay. Ich würde sagen, wir schicken... Max Mustermann. Dann kann der noch ein bisschen EP sammeln. So machen wir das auch. Ja. So machen wir das auch. Okay. Verlassen. Aber als allererstes müssen wir erstmal den Luftraum so ein bisschen im Auge behalten. Sicherung des Luftraums. Nicht, dass wir hier unerwartet überrascht werden. So, dann nehmen wir unseren... ...Mustermann. Der hat, glaube ich, auch als Fähigkeit tauchen, ne? Warte mal. Irgendeiner, den ich habe... ...kann tauchen. Nee, der auch nicht. Wo ist wahrscheinlich Opa Hans, ne? The Allrounder. Auch nicht. Nee, ich dachte, es ist einer... ...ich dachte, einer hat diese Fähigkeit. Deswegen überrascht mich das gerade. So. U299 ist das. Dann werden wir uns doch da jetzt gleich mal auf den Weg machen. Aber, meine Freunde, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe jetzt natürlich, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt in Zukunft. Ich verabschiede mich. Sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.